Hallo, Dude. End of Tour Blues. Hallo, Quintus. Hier kommt der Welt. Scherrer, was erwartet dich heute? Ein kleiner Club. Enge Verhältnisse. Temperaturen um die 50 Grad. Hier ist nämlich hier gerade so eine Halbkatastrophe. Diese sind die Nachts, wo ich mich überrasse, dass wenn wir nicht gut spielen, dann könnte es für uns schlecht gehen. Das ist so fucking insane, was passiert. Dann bist du ja nur einmal auf Tour. So, das Gute ist, der Puff ist direkt neben dem Hotel. Wenn wir mal kaputt mehr haben, können wir direkt durchschlagen. Keine Steine, Helle. Keine Steine. Wir fahren quer durch Deutschland und setzen ihn stundenlang vor die Halle. Es ist ihm scheißegal. Auf weiter. Ich kenne dich. Er ist der Mann, der mich machen. Oha!